Hallo, dieses familienfreundliche Haus liegt am Ende einer Sackgasse am Wendehammer. Ihre Kinder haben also viel Platz zum Spielen. Auf 500 Quadratmeter Grundstück haben wir endlich mal zwei große Gärten und 150 Quadratmeter Wohnfläche lassen eigentlich keine Grundstück übrig. Für 295.000 Euro kaufen Sie ein Haus, war ja 1982, mit vier Zimmern, voll unterkellert. Im Keller nochmal zwei große Hobbyräume, sodass also wirklich kein Platzbedarf besteht. Dirmstein ist eine kleine Stadt mit 3000 Einwohnern, verkehrsgünstig gelegen. 8 Kilometer nach Frankenthal, 10 Kilometer nach Worms, 12 Kilometer in die Metropole Ludwigshafen. Es lässt also keine Wünsche übrig. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Ernst Werner Bruder von Bruder Immobilien in Heidelberg und Waldorf. Im Folgenden sehen Sie noch das Muster einer Wertermittlung, die wir Sie nach Auftragserteilung durchführen. Im Folgenden sehen Sie noch die Musik mit der Folge, die wir hier in der Folge haben, die wir hier in der Folge haben, was schon mal ein Privilegte. Ja, die wir hier in der Folge beim Beispiel wurden mit der Folge, die wir hier in der Folge haben, die wir in der Folge haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020